Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Für heute nur ein ganz kurzes Update, denn A hat sich die Informal Learning 2018 gemeldet und tada, ich darf tatsächlich ein Poster aufhängen, muss jetzt also noch ein bisschen an dem Entwurf arbeiten und habe noch da Zeit bis Anfang März, wenn die Konferenz tatsächlich ist. Von dort werde ich natürlich dann auch wieder live berichten. Die Konferenz geht allerdings nur zwei Tage, also nicht so lange wie die Bildungsräume, auf der ich in Chemnitz war. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon. Und das Zweite ist, ich bin gerade dabei, mein Exposé für meine Promotion zu schreiben. Das heißt, das ist das Stück Text, das ich bei der Fakultät einreichen werde, um tatsächlich den formalen Beginn meiner Promotion oder der Promotionsphase einzuleiten. Das mache ich mit LaTeX. Ja, auch Geisteswissenschaftler verwenden LaTeX. Und da habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen mit der Vorlage gekämpft, mit verschiedenen Packages, dass das alles funktioniert, dass mein Literaturverzeichnis sauber gedruckt wird und so weiter und so fort. Also da bin ich gerade dabei. Ihr seht, es weihnachtet auch bei mir im Büro ein bisschen und ich melde mich sicher vor Weihnachten nochmal. Bis dann. Ciao.